Dreimal. Ja okay, wenn er aggressiv ist, dann springt er die ganze Zeit da. Jetzt springt er weg. Die haben oben die Plätze getauscht. Die haben oben die Plätze getauscht. Aber ich kann mir noch nichts besseres craften. Ne ne, wir müssen noch viel mehr holen. Zeig mal die Kiste. 12 Barren, wir können uns aus dem Silber... Ich mach mir ein Eisenschwert und du machst dir ein Silberschwert. Ich nehm das ganze Eisen raus und du nimmst dir das Silber aus der Kiste raus. Silber... Nein? Und dann hier wieder Escape. Und wo steht das jetzt? Hier, hier musst du's. Hier neben dem Amboss musst du sein. So und jetzt siehst du da Silver Broad Sword. Nimm nicht das kleine Schwert, nicht das Piekschwert. Wie viel hast du? Ach ja, das müsste eigentlich reichen. So. Oh, ich hab natürlich wieder Unhappy, es war klar. Das war so klar! Ich hab jetzt ein kleines Fischwert. Na, haupt's doch etwas. Oha, ich hab wieder sowas hier. Jaaa, komm hier, ich hab wieder so ein kleines Kackschwert. Sag mal. Hier. Schnelligkeit, minus 10%, Größe, minus 10%, Knockback, minus 10%. 15% Knockback hat meins. Jaaa, genau, wieso krieg ich jetzt voll die Kackschwerte? Na egal. Dann heißt, man kann ja mal diese, kann man irgendwie auch Items entsorgen. Ich hab jetzt so viele Schwerter da. Ja ja, unten rechts hast du so einen Mülleimer. Das heißt, diese Schwerter, die ich bis jetzt hab, kann niemand sagen, ne? Ja. Jaja, kannst ruhig wegmachen. Oh, ich kann's auch verkaufen, wenn du willst, wenn wir nachher den Verkäufer haben. Dein Grab hier ist ja genau so ein Müll. Ohohoho, danke, Grabstätten hier. Kein Respekt gegenüber Toten. Nö. Braucht keine. Ich pflanze mal hier ein paar neue Bäume, ne? So. Flup, flup. Oh, wieder ein Hase. Der kommt in den Haus, komm ins Haus. Komm. Komm. Folgt der Facke. Folgt der Facke. Folgt der Facke. Meiner. Ja. Da kommt noch einer. Da kommt ein Slime. Komm her, du tötest nicht, mein Hasen. Oh, jetzt machst du schon viel mehr Schaden. Da 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 da. Boah. Ja, ich brauch mal ein bisschen mehr Holz. Was? Oh Gott, jetzt hab ich grad fast den Hasen getötet. Oh, jetzt hab ich ihn getötet. Oh, jetzt hab ich ihn getötet. Da ist schon die, um die kleine Plattform mit so'n riesengroßen Baum oben drauf. Hier sind wieder Megabäume. Oh, sauber. Warte, lass mal da hingehen. Komm mal zu dir. Boah, sind hier viel. Boah. Riesenbäume. So, jetzt verlegen. Bam, bam. Da da. Ja, mit Hammer oder was? Ach so. Da 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 da. Ey, lass du mir deine Riesen-Axt dir. Gimbo lässt grüßen. Oh, da kommt Riesen-Slime an. Ach, der ist noch ein bisschen weg. Da kommt zweiter an. Hahaha. Drei, ein dritter. Gauer. Alter, vier. Oh shit. Ich hefte mal mit hier. So, chillig. War das chillig, oder nicht? Doch. Oh, so riesengroße Bäume hier. Wir brauchen nachher vielleicht noch Stein fürs Dach. Also, ich will ja nicht alles so aus einem Holzplatz bauen. Was sich das anhört. Da hinten sind Sonnenblumen. Ja, die kannst du auch abbauen. Du kannst auch irgendwo. Mit dem Hammer oder einfach mit der Hand? Mit dem Hammer, glaub ich. Ja. Mit der Hand kannst du gleich abbauen. Du bist echt auf deine Tools angewiesen. Lass mal einen Hasen annehmen. Alter, das ist schon ein riesiger Baum hier. Hauptsache, einige Bäume haben oben keine Kronen mehr. Hi, Hasi. Oh, entschuldige. Ups. Batsch. Alter, das geht doch noch weiter da hinten. das war die kurzen der kunden dahin geht in alter alter das ist der welt riesen fetter berg oder ob es die künste jetzt wo hin mir mal geht es nicht mehr schwer das baut mir die sonnenblumen einmal auf boden damit haben wir da picke unter den sonnenblumen in der picke der unter so aber die graf etwas ganz schlagen was haben wir um die kinder bis jetzt hochwurzmesser hier hoch du hast einen block hochgebaut ja den brauchst du brauchst du ja oder weil sie zurzeit hoch springt muss das letzte dritteilte halt nicht weil wenn das wird dann kannst du ja springt hat also schon so ganz viel fackeln ich ich nehme mal die Kiste mit dir. War mehr, war mehr. War mehr, war mehr. Warte, ich öffne mal was denn hier. Hier sind übelst viele riesige, hier sind übelst viele riesige Bäume. Sehr viele und sehr sehr groß. Zwiftness Potion, sauer ich hab ne Schnelligkeitspotion. Ganz für die Pilze. Machen wir ein paar Pilze mit hier. Sind wir ganz gut. Wenn du H drückst, dann nimmst du immer das nächste Heilungselement, was du im Inventar hast. Also so schnell Heilung ist das. Einfach nur einmal H drücken. Ja. Herzlich. Dann kriegst du 20, also 20 live mehr als ein Herz mehr. Das ist für Pilze. Also das sind nur Pilze. Kannst du natürlich auch. Oh, wir sind vom Haus auch weg, ne? Ja. Wir können ein bisschen mal die Welt erkunden hier. Oh, guck mal wie ultragrade das hier ist. Mal hier. Da. 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 Ja, wenn du noch runter springst. Er baut dich einfach mit Dirt hoch. Nicht mit Holz, Ausfuh, nimm Dirt. escape wo ist ein trick doch der block aber sehr bescheiden wie viele 29 ja müsste reichen wie baut man sich ja für die ganze zeit unter und einfach den kursar unter dir halten und die ganze zeit hoch springen immer die ganze zeit immer so kleine springe machen das auch da muss auch so ein bogen auskriegen auch hätte das hat sich mehr nach hinten springt aber du trägst viel ich werde dich tut das sind die hauptsache oder auch cool wie viel eisen da oben ist siehst du da rechts neben dem baum Lassen wir das erstmal hochbauen hier So, 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 so Boah, so viel Eisen Können wir ja daraus bald Tools machen Bau, 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 bau Biss hier rein Eh Ane Gister So, der drinnen So, der drinnen Ich hab mein erstes Accessoire Oh, ist auch Eisen drinnen sauber Und Wurststern will du Wurststern haben Eh, da ist so pink Also Lieder Das so, tt, 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 tt Musik wollen wir jetzt mal langsam nico mit implementieren wir implementieren ich sag gleich da sag bescheid naja da ist irgendwas so pinkes was ist pink es ist so ein pinker slime oder was neee pinkes gebiet keine ahnung sieht total komisch aus da unten recht ach das ist ein demon alter daraus kann man nachher so boss items machen also die dinge brauchst du um items zu kraften die nachher bosse beschwören don't don't snatcher snatcher macht richtig viel schaden muss richtig aufpassen auch 60 life das müssen wir eigentlich aus der ferne bekämpfung ich habe ich vor mir um schnell fixen damit ich mir feile machen kann das game ja mach das macht und die feile kannst du recht wenn du recht siehst du einmal kreuz spalte hat einfach bei abo reinsetzen also ich denke monat sind beide sollten reichen ja ich hab jetzt gerade 23 jetzt sind wir schon in der underground jungle das ist echt schon heftig so wie schießt man mit dem bogen ach so äh ja genau da ist ja noch einer oh gott warte ich wieder oben eine fackel hinsetzen warte ich habe hochstern drauf ja ist klar die katze finden oh gott ein piranha ist ganz schön bewachsen ich bin vergiftet ich wurde vergiftet das ist ja deswegen sei der andere kontakt ist schon ein bisschen zu heftig für uns nicht mehr leider nicht 2800 fuß weg sehr dezent weit weg würde ich mal sagen ich glaube wir finden uns noch kurz beim haus ein ich glaube ich leuchte ja nico nico beschwert sich schon nach der der kann das mal ja hoho das wird das war und los und aus zur er fachs und gerade nacht müssen müssen geben hier wird es ja wo ich habe es geht wir müssen das wollen wieder dieses hüppeln hier das ist ja was ein paar klub sich mal her nachher weg machen ich glaube es schneller weil ich so ein access war drin habe da machen bis mehr movement speed rein halt auch so war ich ja auch hier zum hause wir haben unser haus ganz schön weit weg muss ich sagen warte swiftness pauschen also wie schnell bin ich leck mich da 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 ein vogel da fliegt er davon genau den block getroffen klick klick so ich brauche erst mal oben das zweite stockwerk auf ja er springt so bohrt ja drüge die taste ja so aussieht du kannst da ein paar hintergründe machen also hier ja so stockwerk für stockwerk aufbauend eigentlich kannst du einfach so die jetzt hoch 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 oder so naja es gibt es geht auch sehr hoch oder rechnest du gerade dann machen wir hier mal eine kleine pause und dann bis später leute ja ja na ja 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 ä